Kochabenteuer zu Hause. Kochen ist meine Leidenschaft. Heute mache ich Pizza. Zuerst bereite ich den Teig vor. Mehl, Wasser, Hefe. Dann kommt die Tomatensasse drauf. Ich liebe viel Käse auf meiner Pizza. Auch Tomaten, Oliven und Pilze. Manchmal probiere ich neue Zutaten aus. Heute entscheide ich mich für Artischocken. Die Pizza kommt in den Ofen. Der Duft erfüllt die Küche. Nach 20 Minuten ist sie fertig. Golden und knusprig. Mit einem Salat und einem Glas Wein wird das Essen perfekt. Bon Appetit!